Wir, der Kegelklub fortschrittliches Kegelkombinat, kurz FKK, bedanken sich für die freundliche Nominierung beim Kegelklub-Pegelklub mit einem Dreifer-Gut-Holz! Wir, der Kegelklub fortschrittliches Kegelkombinat, kurz FKK, wollen diese Challenge nutzen, zwei Dinge aufzuzeigen, die uns viel Spaß machen. Kneipen und oftmals Gott der Hals. Auf kalte Getränke, Schnitt. Auf in die Kneipen! Das ist doch gar nicht so gut. Danke, danke! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weiß ich nicht. Aber du machst doch das schon mal. Der Hund schwimmt. Gut. Und eigentlich ganz klar. Schneifen und kühle Getränke. Das gehört doch wohl zusammen. Das passt sehr gut zusammen, Stefan. Sehr schön. Das macht das Bier auch kalt. Shit. Wo laufen sie denn? Wie heißt denn dieser andere Kriegerverein? Der muss doch irgendwie... Hat das was mit Wasser zu tun? Wasser? Und Dickköpfe. Dickköpfe? Die müssen auch nach oben. Ach, du bist so. Also ich weiß das nicht. Ich glaube wir laufen aber eine Runde. Den wollen wir denn jetzt nominieren? Aber wie heißt denn der zweite Kegelfarein? Ich bin schon hier im Wasser. Irgendwann wird Wasser. Der zweite. Wasserhund. Wo ist so? Wasserstier? Das ist aber rutschig hier. So, da liegt er dann hier. Gerade reizig. So. Wasserbüffel. 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 Wir nominieren nur so. Und die Wasserbüffel. Ja. Bier, der Kegelklub. Nee. Bier, noch ein Schnitt. Der Kegelklub. Wortschristenschutz. Das heißt Geld noch für Bier.